Weihnachten ist für mich auch ganz viel Musik hören und ich freue mich jedes Jahr Weihnachten, dass ich endlich wieder Weihnachtsmusik hören kann. Da gibt es ja auch so schöne nostalgische Album wie von Bing Crosby, aber ein ganz persönlich wichtiges Album für mich, oder Platte, ist diese hier. Jetzt werden einige von ihnen bestimmt ein bisschen schmunzeln oder zwinkern. Da fängt Weihnachten auch für mich an. Wenn früh am Weihnachtsmusik dieses das Klockengeläut Titel 1 anfängt, dann wird es so ganz besinnlich. Es gibt auch hier viele lustige und auch sehr schöne Lieder. Eines zum Beispiel heißt Liebe Mama und das berührt mich immer ganz sehr, weil das sind die Kinder, dass sie sich so freuen, dass die Mama einfach auch so viel tut für die Familie und auch an Weihnachten immer so in Action ist und geben da auch einfach nochmal was zurück. Und ich finde, das ist auch Weihnachten, also auch in Familie sein und in dem ganzen Unperfekten oder in dem ganzen Herausforder und was es vielleicht auch gibt, einfach das so sich zu freuen und einfach in Familie zu sein und untermalt von grandioser Musik. Und ich finde, das ist auch ein bisschen schrecklich.